Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Ghost Weekend Breakpoint Das letzte Mal wollten wir dieses Hafen einnehmen und dann gestorben gestorben Probieren wir das ganze nochmal Mal schauen ob wir immer noch sterben Was mich interessiert ist ehrlich gesagt bei dieser Waffe Es macht immer nur ein Schusskamera Gar nicht Dauerfeuer? Irgendwie Geh werfen? Wahrscheinlich nicht Ok Karte Falsch Hier kann man die Map Genau hier sind Gegner Ich muss aber Gar nicht dahin Schreinchen Wo bist du? Schreinchen Da müssen wir hier sein Die hol ich mir jetzt mal gleich Schreinchen Ist wieder ein Auto? Unfassbar wie viel Kohle Ein Ausdisk Der Zumut Schrein Durch Es wird einer weniger zwei weniger na gut die zwei haben wir ganz easy beasy weggepustet hier noch aber da wollen wir hier haben uns letztes erwischt ja hier war ich hier zu offen ich frage mich um bessere position ist die alle weg zu holzen so sniper mäßig auf dem hügel aber da gibt es eigentlich nur den hügel da der ist jetzt nicht so einfach dazu informationen oder was grundstücke profil alles so 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 Okay, wo liegt denn der nochmal, die wir hier weggepumpt haben? Da drüben. Womit aus könnten wir den gut agieren. Ein Bonny-Hut. Ich bin dann überlegen. Ah, ich hab auch schon was gefunden. Wieso auch nicht? Ein Seil, ein Fernglas, ein Messer, ein Rookie-Sack. Da geh ich schon rauf. Ein mobiler, ein mobiler Ausguck. Ich schau mal das an, wie das gebaut ist. Und da könnte ich ja theoretisch schon mal ein paar wegholzen. Aber erstmal... Schummi, 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 da ist noch einer. Da ist auch noch einer. Da ist auch einer mit Information. Arbeiter. Arbeiter, noch Arbeiter, noch Arbeiter. Schau mal. Schau mal. Schau mal. Mir reicht's. Wir können doch einfach eine Drohne draufstecken. Die Humpeln hier zu 2 drum. schon einigermaßen gut gemacht hier, he? Aber ich frage mich, was das mit dem Hafen zu tun hat. Ich muss ja dahin. Ich könnte ja das eigentlich... Na, das macht nicht. Ich will ja. Das ist hier. Dieses Ding war ein absolutes Fehler. Jetzt wollen wir da gleich mal auf in dem Laden. Aber warum hat der immer das Cappy auf? Ich will eigentlich so ausschauen, dass ich so ein Mützen aufhabe oder was. Wo waren das hier? Profil, oder? Was ist das? Gesten. So, scheiße, Gesten. Wie kann ich ihn denn... Identität. Wie war das nochmal? Keine Ahnung. Irgendwo konnte man... Ich hab das hier in Klamotten. Ich fasse immer noch die Mütze auf. Schon komisch. Ich hab das hier in Klamotten. Was ist das? Hier ist Kohl. Hier ist Kohl. Sag mal hier. Fundstück. Wissen. Hier P-Profil Lager. Hier zwei. Skaldoktor. Der Skaldoktor ist eine angepasste Lieferdrohne, die empfindliche medizinische Güter für Notärzte und so weiter. Die Armee wurde entworfen. Die Amy Schmann. Um Lager der Wolfs zu verteidigen. Sie wird zusammen mit Malphastrohnen eingesetzt. Malphastrohnen. Ich will keine Tochter. Ich will jetzt kämpfen. Ich hab das Gefühl. Ich hab das Ding nicht gelesen. Wie steigt sie? Wie sinkt sie? Oha. Oha. Doing. Die sehen die Drohne nicht, oder wie? Lauter Blinde hier. Da laufen aber echt viele rum. Ich glaub nicht, dass wir noch was finden. Mach einfach deine Arbeit. Doch, echt hell. Halt die Klappe. Ach, genug geschaut, oder? Oh ja, zwei. Das sind echt viele. Ich kann mir nicht mal vorstellen, genug Geld für eine eigene Insel zu haben. Kenn ich auch nicht, aber ich kann mir vorstellen, wie die hier alle weggeballern. Vor allem die hier oben. Keiner hat's gehört. Na? 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 okay jetzt sind sie alarmiert aber sie wissen nicht wo ich bin nicht allein Konzentration! Kommt der hier rauf? Hey, 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 seid doch alles gefasst! Komm raus hinter deinem Klo! Bleib wachsam, hier treiben sich Feinde rum! Hey, 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 seid doch alles gefasst! Ja, ich pass auf! So ist keiner erwischt! Komm doch mal raus aus deinem Loch! Bleib wachsam, hier treiben sich Feinde rum! Okay, ich muss warten bis die Tode weg ist! Wo ist sie? Wo ist diese Drohne? Ich höre sie doch ganz deutlich! Dose sie sind! Ja, ich schauke! Ja, ich schauke! Ja, ich schauke! Ja, ich schauke! Okay, die Drohne muss weg, sonst schaffe ich es nicht! Ich bin ja ein Ghost! Scheiß Drohne! Mist! Wir haben Feindkontakt! Sie sind hier drüben! Verstanden! Die holen wir uns! Mist, die Drohne ist kacke! Das die auf die Idee kommen würden, mal hier oben rauf zu schauen! Die Drohne nicht stört! Total! Die Steely, was mich dann... Wo ist sie denn da hinten? Wenn ihr jemanden seht, legt ihr ihn um! Jetzt wissen sie, wo ich bin, oder? Jetztesi mio sare quitina wansch. Ich marm vers Jacobs auf diestadie! Ganz uncle! Dieulsion! Dramatur alle Mann runter! Es junk! Was ist die Stress für Veränderung? Wir haben einen Druck! guys tönt und wie das Hans Kauke gekauft! Die W namely mit Kai? see his. The Phase ist ja so! I do not peppermot! Das sind Dekos! Dekos! Der ist hier runter! Scheiße! Holt euch die Wechser! Wo sind die denn jetzt alle? Alle unter mir, oder? Ob die auch raufkommen? Bleibt wachsam! Tötet alles, was sich bewegt! Ich knöpf sie mir vor! Okay! Erledigt das! Wir haben nichts drauf, Leute! Bleibt bloß Entdeckung! Ja, bleibt alle Entdeckung! Bleibt wachsam! Tötet alles, was sich bewegt! Sieht doch genau unter mir, oder? Ja! Niemand überlebt uns! Niemand überlebt! Niemand überlebt! Niemand überlebt! Niemand überlebt uns! Na Leute! Bleibt wachsam! Tötet alles, was bewegt! Niemand überlebt ihn jetzt! Zu ihnen runterschmeißen! Eine Granate dran! Fertig! Scheiße! Holt euch die Wichser! Ich kümmere mich drum! Alter, ich komm mit zu der Party! Ja, der kommt doch rauf, endlich! Bleibt bloß Entdeckung! Geh runter und baller die jetzt so weg! Erledigen wir den Scheiß! Alter! Das ist ja scheiße! Jetzt warte mal mit der Pistruhe! Das dauert nicht lange! Niemand überlebt uns! Niemand überlebt uns! Okay, holen wir sie uns! Getroffen! Die Dauer! Ich könnte vor! Ich muss nachladen! Die Dauer! Die Dauer! Seien raus! Der Dauer! Der Dauer! Verletzat! Der Dauer! Oh, was war das? Wie billig eigentlich die KI ist, die ist eigentlich todesschlecht. Einfach eine Granate hier oben rein. Der bewegt sich nicht. Das werde ich jetzt hier runter gehen. Okay, die wissen nicht mehr wo ich bin. So schlecht war das jetzt gar nicht. Wo ist denn dieses grüne da vorne? Was ist das denn? Welche ist denn jetzt besser? Wie ging das nochmal? Ne. Warte mal. Aber die hat schon am übelsten. Genauigkeit ist sie schlechter, Handlenk schlechter, Reichweite ist sie besser. Ist das jetzt ein Scharfschützenteil oder ist das? Rückstoß ist sie auch besser. Durchschlag ist das oder? 800. Kaliber 5,46. Was hat das hier für einen Kaliber? Kaliber 12 und das hier? Das ist aber kein Scharfschützenteil mehr. Das ist ein Monster, Mann. Ne, die ist schlechter wie die. Nein, 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 nein. Ja, alter, die erst mal. Mach sie kalt! Ne, willst du denn kalt machen? Du weißt nicht mehr wo ich bin. Knall, knall sie ab! Wo ist denn der? Wo hat mich der denn jetzt gesehen? Wo ist denn, was du? Entstanden, was du��ot? Glock Servicsy! Tief, was du denn? Ja, wie fühlt man nicht hier spielt. wie hätte er mich da jetzt gesehen genau vor mir wer sieht mich denn ok das hätte ich in einer halben stunde geklärt bekommen ich brauche noch was zu futtern ok ok wer hat mich denn das dann beim weggehen hier hat er mal glück gehabt dass er stehen blieben ist da sind meine proteine ich will ja nichts verkommen lassen wird ja keine tiere umsonst oder ok jetzt sind wir komplett raus verachten sie uns gar nicht mehr sind auch nicht mehr in H8 Stellung weil ich und tschüss jetzt muss ich nur noch diesen blöden Bombenkrater hier kann ich den von hier treffen ohja ah mach ich das gut ja ich find schon ich liebe es Leidmann so das Ding ist jetzt auch meine Geschichte da ist der Infoman der bewaffnet ne erst einkreisen alle töten naja das mit dem Turm da oben da war die KI schon selten dämlich ok so hi oh bitte hören sie auf könnten sie mir helfen diesen Ort zu finden hier müssten sie es finden vielen dank auf Wiedersehen ich will überhaupt keine angst haben ich glaub hier sind nur noch oh nice schuhe keine angst Leute nix eine schöne Deckung sind wo ist der Inf Hände hoch hier ist noch Infomations untersuchen dann haben wir ja doch noch gecleared in der halben Stunde dann schon machen wir das hier noch Biwak Shakes Valley Biwak Waffeneinsatz ich finde okay jetzt sehen wir in der nächsten Folge wala 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 okay danke fürs zu sehen ich hoffe es hat euch gefallen okay 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 okay